Schau mal ob es jetzt geht, weil wenn es jetzt nicht geht, dann hängt es mir aus. So. Wie ist es, hängt es damit, wenn es mir aus hängt. Der war es, wieder da. Jetzt soll er es nicht mehr lecken, eigentlich. Eigentlich. Sicher, wo ist Sicher? Hängt es wieder? Da hängt es mir aus. Jetzt kommt der Bobo wieder. Ja. Pst. Ich auch. Pst. Ich bin wieder da. Ich auch. Ich bin auch da. Servus. Lasst's mir jetzt alle aus dem Spiel, oder? Grüß, ich bin an Status 6. Geh gleich schnell aufs Klo, gell. Du hast Text zum Schäfen, gell. Danke, ja. Passt, der Tommy ist uns egal. Alter! Passt, merken wir. Donne, lass... Ah, echt. Das war's. Emotional damage. Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Baby, ich bin von der Feuerwehr. Und deinem Brin sei eh nicht leichter her. Who let the dogs out? Who, 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 who? Who let the dogs out? Who, 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 who? Who, who, who? Wenn du es nicht dran hast, hast du eh vergessen. Halt die Pappen. Ich vergiss gar nichts. Heute mal nicht. Heute mal auf jeden Fall nicht. Wenn du es dran hast, hast du eh vergessen. Alter, könntest du es auch nicht dagegen mich spielen, bitte? Top, die Wette gilt. Halt die Pappen. Danke für den Follower. Move it. Move, 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 move. Ah. Jetzt wird Druck gemerkt. Pst, ist es schlimm? Ey, ich bin nicht schlimm. Was ist denn, ich denke? Seid alle so freundlich heute schon wieder, hätt? Oh, 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 oh. Who let the dogs out? Who, oh, 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 oh. Ich fahne eine Pappen. Ah, pst, ich weiß, aber das wärme ihm schon aus... Bobo, tunt? Heute die Pappen hätt's recht. Was für Farben gibt es bei Dehydranten? Es gibt die gelben und die roten. Die roten war es erst als neuerst, weil ich die roten übersächen habe. Oder gibt es nämlich ein eigenes Video? Es ist ja zu mir gekommen, was möchtest du das gerade bei mir tun, bitte? Rot ist Warmwasser. Nein, ich habe nämlich einmal eine Dehydranten nicht gefunden, weil ich genau mit dem Auto daneben gestanden bin. Rot und rot ist sicher schwer. Oder ich habe es schwer gesehen und es war noch dunkler. Cool, dass ich die heute mit Webcam sehe. Ja, heute haben wir mal eine Webcam zu probieren einmal. Zu probieren, wie das läuft mit der Webcam. Aber irgendwie funktioniert das eigentlich eh nicht schlecht. Ich habe Zeit hier. Ich bin 25. Niedergefahren in Dehydranten. Im Countdown 2, 3, 7. Nein, so viel habe ich noch nicht niedergefahren. Danke, Andy. Fürs Geschenk. 273. Das war es, wenn ich die niedergefahren hätte. Ich glaube, ich bin erst bei 15 oder 16 in Dehydranten und erst hingemacht. Ich komme eh später auf Graz. Ja, komm, ich bin nämlich, wie ich bin. Allein, wo es fährt, der grisische Einsatzleitung und der Luisa. Was machst du? Er kriegt jetzt nur auf Graz X. das ist doch bloß. Hohohoah Und wenn der Prinz sei eh nicht leichter her. Nein. Oh. Ich bin momentan im Stress mit Festform auf dem Reifen, wie das machen, sonst wäre ich eh öfter in Graz. Ah, okay. Du hast meinen Netztor noch einen Live-Auftauch. Ah, taucht schon meinen Live-Auft! Ist das Logitech-GP-A-B-Helper? Wie... Logitech, Logitech. Glaub schon, ja. Machst du jetzt, wo du hin willst? Ah, ah! Katze, du rutschst ab und so kratscht ich mich wieder. Ah, ah! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Neee, halt die Pappen. Neues Horn, ja, volle geil, oder? Ich finde das volle geil, das neue Horn. Ist das Logitech? Bro, ja, Bro! Logitech, Bro! Bass, da passiert was da eh gleich weh. Nein, da muss man nicht immer weh! Alter, mal die Pappen! Auch wenn die Pappen nicht normalen. Und ich möchte das weg. Ich bin ja auch! Ich werde das gleich noch, ja. Ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja... Ach, 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 ach! Und ich bin ja, ich bin ja. Und ich bin ja, ich bin ja. Was tust du eigentlich? Oh Alter, Miet! Willst du auch hören auf meiner Tastatur um es umlaufen bitte? Danke! Okay. Da bist du jetzt fertig und ich kann was du möchtest. Danke für einmal Teamherz! Ich glaube, wer das heute noch war. Letzten 20 Minuten bis ich da bin. Was 20 Minuten brauchst du? Hey! Super, das ist super. Wo ist denn da ein Hydrant? Hallo, wo ist da ein Hydrant? Kruzifix. Das ist ein Scheiss-Trick. Schon wieder kein Wasser mit. Da, der nächste, schnell, schnell, geh weg. Jawohl, da muss ich noch warten. Das ist sichtbar wieder. 4000 Liter Wasser ist gar nichts. Eben, ganz gut. Und das ist ein Schiff. Da liegt ein bis zu einem Schiff. Das ist eine Schiff. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Das war's für heute. Irgendwie wird das eigentlich lernen, er kommt mir vor, oder teist mir das, oder? Mieti! Baff! Baff! Servus. Servus. Also von mir aus ist der Brand aus, gell? Ja, passt perfekt. Ich war fertig. Ja, passt. Super, danke. Super, danke. Servus. Das ist eigentlich schon fein, gell? Auf meiner Schulter. Was ist denn da oben? Oh, da hast du wieder deine Hänge, du. Da hast du wieder deine Hänge. Was machst du jetzt? Setz dich hin, legst dich hin, schläfst, schlagst du blöd rein. Pst, wo bist du? Oh, ja. Nein, aber du musst abrechnen. Abrechnen. Meine Böse. Schöne Kratz. Danke. Schön, aber deppert. Nein, nicht auf dem Schreibtisch. Du drückst mir lieber die Tasten. Hau jetzt. Das ist erst neun Wochen alt. Meine Miezi. Da, Miezile. Miezile, gell? Bist ja brav, Miezile. Bist, wenn wir nicht gerade nass die Nacht. Da, Miezi, gell? Ja, aber du brauchst mich nicht so, dass du da hin gehst, gell? Pst, ist nicht wenig. Du musst nicht wenig okasieren. Bist du müde? Ja. Hm, hm. Baby, ich bin vor der Feuerwehr und seine Sprinze ist nicht leichter her. Für was? Du, du. Who let the doors out? Who let the doors out? Who let the doors out? Baby, ich bin vor der Feuerwehr und seine Sprinze ist nicht leichter her. Who let the doors out? Who let the doors out? Ja, durch 15 Minuten bin ich in seinem Life. 12 Sekunden sind 20 Minuten. Jetzt sind ich schon 15 Minuten. Bei dir wird es auch. Jetzt mal noch länger. Also sind wir schon bei etwa 35 Minuten. Ja, muss noch die Chic kaufen. Auwe, die Chic auch noch. Auwe, 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 auwe. Who let the doors out? 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 Wachst du wenigstens neben mir zu? Ui. Du blöckst um. Was finde ich, wenn einer kommt? Wenn die Einsatzleute an mir einer schicken? Ich bin ich die Leitstelle. Ui. 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 upple zu hurting. Ui. Auwe, ağa, ağa. Mietzi. Massachusetts. Jetzt noch weiß. Ui. Das, was muss ich jetzt gibt? Ich will gehçuzuzuz. Ich möchte einen Eiz. E congrates! Nein! schon.... Geht jetzt Trend Desert, als wäre es sicherlich, was für ein Fahrzeug ist. HLF 3, 4400 Der Amadret ist da Mit dem bin ich da Hey Bobo Übrigens, wir haben heute auch ein neues Auto gekriegt Ich hab's die Motorradeln gekriegt, ich hab ein neues Auto gekriegt K.R.F.S Ah, auf den Amarok Jetzt haben wir auch ein Amarok nicht leer Kannst mich einmal grüßen, Servus Simon Simon, jauck Servus Simon, jauck Katze, kannst du auch in meine Fies beißen Oh, höllt Oh, haalIt Alright, in der ersten Signat Wenn du die Motorradelnstück in einem Binbidi 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 hue 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 Und ich hätte noch gehofft, wenn du ... Teilweise, es geht eigentlich ... Teilweise, teilweise, weißt du, es gibt der Bobo Kippe jetzt auch noch. Der Bernd, der Bernd. So, jetzt reiche ich wieder an. Ist fertig jetzt. Fertig jetzt mit meinen Zeichen. Dann machen wir morgen. Ja, machen wir morgen fix. Um welche Uhrzeit? Ich glaube, das Spiel wird länger dauern. 16 Uhr. Mach mal 17 Uhr, ist g'scheiler. 17 Uhr, Kev. Fix. 17 Uhr. Danke, Peppi, für den Follow. Danke, Simon Jauk, für den Follow. Schau. 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 Okay, ich bin einfach auch gemeinsam. Schau. 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 Du brauchst immer nicht, dass der Hand schlägt. Bitte, Bro. Bitte, Bro. Pfeifenkopf, da. Ja, auch jetzt. Lass mich jetzt schicken. Tja, und wäre wieder Blut wegen dir. Mai. Und ich warte, und ich warte, und ich warte, und ich warte. Ich warte, und ich warte, und ich warte. Du lebst, kannst du dich von dir machen? Du bist so, dass du immer zu Hause gehst. Ja, ich weiß nicht. Hast du schon mal das ÖRK gesehen? Wie soll das ÖRK? Das ÖRK interessiert gar nicht! Die Feuerwehr ist das Highlight! Steht sogar da! Graz X Roleplay Berufsfeuerwehr! Wahrscheinlich hat es sogar eh groß geschrieben! Berufsfeuerwehr und nicht ÖRK! ÖRK, die tun sowieso den ganzen Tag nichts! Wann fahrs? Du zu einem Einsatz! Wenn da die Leitstelle mich schickt! Wir haben eine Leitstelle da schon! Die Leitstelle ist da! Und die ist aber besetzt! Die Leitstelle alarmiert mich, wenn die Leitstelle einen Einsatz reinkriegt, weil ich alarmiert! Warte mal, bis du wieder unter dem SRF sitzt! Hey, das war ein Verkehrsunfall! Einmal! Wer hat die Leitstelle aus? Wer hat die Leitstelle aus? Wer hat die Leitstelle aus? Wie lange dauert der? Ich weiß das nicht, es ist unterschiedlich. Entweder kommt ein Brand, ein Verkehrsverfall, eine bewusstlose Person, Baum auf Strasse, Flugzeug Brand, keine Ahnung wo es kommt. Wo es kommt, weiß ich nicht und wie lange dauert, weiß ich auch nicht. Wir sind unterschiedlich. Jonathan Hudeck ist beigetreten, jetzt kommt der auch noch. Wer schafft auch, wer schafft auch genau, was ist denn? Nix, ich bin sicher, wenn wir beigetreten, weißt du? Jetzt habe ich gerade dich wieder gesehen. Danke Manu für den Follower. Und für die Rose, danke. Chef, bin ich drei Minuten da? Was ist das? Nix ist. Ich bin nicht dein Chef. Ich bin nicht dein Chef. Danke, Julian, für dein Follower. Danke Manu, für einmal guten Abend. Boah, leck mir ein Marsch. Ich versuche, ich werde es dir geben, Baby. Ey Baby! Das ist so geil. Ey Baby! Ich kenne dich zurück, bis bald die Uhr rauskommt. Tschüss! Ciao Baby! Was in der Welt? Ja, basta! Ich hab's mit dir! Was ein Verlust! Halt die Pappen schon schon in meinen Strabag-Dildern und dann fütze ich dich her. Gleich kleine. Bist du alleine im Einsatz, oder mit mehreren? Äh... Jetzt ist es so... Ich fahre mit dem HLF, da ist mein HLF, fahre ich aus. Dann kriegt die Einsatz-Sofortmeldung und dann kann ich nachfordern Rettung, Polizei, ÖMTC oder weitere Einsatzkräfte. Dann kommen die anderen nach... Mit Irmfahrt keiner. Mit mir nicht? Nein, meine Leute sind nicht im Tierenstein. Muss mit mir aufs Auto einteilt sein. Dankeschön für Grünchen! Da! Geht's? Geht's? Maa, wo ist maa? Teich! Es ist halt ruhig, ist's ruhig. Wie lange noch? Ich weiss es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiss es echt nicht. Bernd Wintas trinkt den Server. Nein, jetzt kommt der Bobo. Nein, der Bobo kommt. Nein, nein. Bum, Bum. Dom, komm auf ein Café, muss mit dem Schiff noch reden. Nein, ich komme nicht auf ein Café. Darf ich leider nicht. Du musst es bergen. Ruf um bei der Feuerwehr und fragen ob ich auf ein Café gehen darf. Bist du in echt da? Auch Feuerwehrmann? Ja. In echt bin ich bei der Stadtfeuerwehr Nittelfeld. Da ist mein Stadtfeuerwehr Nittelfeld. Was war der schlimmste Einsatz in echt? In der Steiermark habe ich noch keinen schlimmen gehabt. Ich war nämlich zuerst in Tirolhaus. In Tirolhausen war der schlimmste Verkehrsunfall auf der Autobahn, auf der A12. Ein Pkw ist einen Lastwagen hinten aufgeschossen. Da hat es leider zwei Schwerverletzte gegeben und zwei haben sie nicht überlebt. Ich weiß nicht genau, wer was angelaufen ist und Namen oder welche Personen, aber das haben sie überlebt und zwar nicht. Manuel hat eine Schatztruhe mit tausenden Münzen gesendet. Danke! 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 Du kannst dein Maul halten, Moritz. Beleidigungen fangen wir auch nicht da unten drinnen, gell? Das mag ich überhaupt nicht. Was machst du denn da hinten drinnen? Du kannst jetzt einen neuen Platz gefunden, legst dich da hinten aber herbekommen. Sie macht alles in deinem Weg, bro! Kannst du doch einmal auf mich in meinen Buckel zerkratzen? Geht das? Ich habe das gesagt, nicht auf dem Computer. Weisst du jetzt? Hör, spinn denn jetzt? Weisst du, deswegen sage ich es ja, ich brauche da keine Streitereien oder irgendetwas wie mein Ding ist. Wer macht das jetzt alles selber aus? Meine Katz ist so deppert echt. Endlich. Woher bist du denn da? Wenn ich nicht fange... Fangen darf man ja, ist ja kein Problem. Ursprünglich bin ich aus Tirol. Jetzt bin ich in der Steiermark. Was muss da? Nix. Ich muss warten und warten. Möchtend ist es jetzt schon wieder. Wir arbeiten. Hör auf den Bass! Danke, Mausi, Mausi. Fert ein Follower. Danke, danke. Ich bin auch bei der Feuerwehr. Bei welcher? Woher aus Tirol? Wartens. Ursprünglich bin ich von Wartens. Also, ein gebürtiger Wartner bin ich, aber wohne da jetzt in der Steimark. Es hat ein Portal gesendet, mehr Trüberschauer sind unterwegs, was ist ein Portal? Hä? Kenn ich gar nicht. Das ist aber auch einfach ein Thema, wenn jemand, der es noch nicht vorbereitet hat, muss man kein Öl ins Feuer spießen. Okay. Klagenfurt. Danke, Olivia, für den Follow. Danke. Danke, Ivanova. Alter, was geht denn jetzt ab? Alter, was geht denn jetzt ab? Alter, jetzt komme ich gar nicht mehr mit, mit der Leserei und Schreiberei, Alter Schwede. Alter, wo kommen jetzt die 200 Leute her? Was geht denn jetzt ab? Was ist denn bedenken los? Dankeschön. Danke, danke. 200 Zuschauer, aber was geht denn jetzt ab? Alter, jetzt stehe ich auf der Leitung. 233 Leute, was geht denn jetzt ab? Das sind Christengeier, Alter, Alter! Boah, so viel Elf verloren bin ich gar nicht gewöhnt, heu. Boah! Boah, 200, puh! Du bist auf der großen 4U, Alter, was soll das jetzt heißen, Alter, ey, lag mir ein Buckel. Boah! Das ist so schnell auf der Leitung. Alter, jetzt bin ich auf der Leitung, jetzt gehts ab da drinnen, ey. Bist du deppert. 300 Leute! Das haben ich noch nicht zusammengebracht! Echt, 300 Leute! Boah, das werden noch 700 die Christengeier. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Alter, was geht denn jetzt hier ab? Jetzt steh ich voll auf der Leitung, ey. Dankeschön, Dankeschön. Ich dran durch. Check. Check. Hey, servus, danke, danke. Danke, danke. Kurzen Likes, kurzen Follower, jetzt leidt. Boah. Ich bin ein Christengeier. Alter, leg mir am Buckel. Really? Alter, leg mir am Buckel, echt. Bist du ein Südtiroler? Nein, ich bin kein Südtiroler, das hasse ich das Wort. Ich bin ein Tiroler. Ich bin ursprünglich ein Tiroler. Kein Südtiroler. Gut, ich finde Südtiroler ist eine Beleidigung. Italien. Ja, das ist Italien. Südtirol gehört Italien, echt. Das ist Französ. Hey, woos? Alter, was geht denn jetzt ab? 475 Leute, alter. Das wird, bis der in Innsbruck... Nein, ich bin ein gebürtiger Wartner. Jetzt bin ich in der Steiermark. Also, Wartner bin ich gewesen. Verwarten Sie. Servus, Andi. Alter, siehst du das? Bei mir geht's ab. Ja, auf TikTok. Nein, ich bin noch nicht. Muss ich mal schauen, da geht's jetzt ab. Ich bin wieder rausgegangen. 500 Leute, leg mir am Buckel. Komm, schirm. Danke, danke. Ja, jetzt müssen wir es nicht mit der Hölle von den anderen. Und wo warst du deine Baustellen? Ich bin, äh, baustellenmäßig bin ich mit meinem Bager in der Fürst ins Zeltweg. So, hab meine Mützen geholt. Jetzt wieder raus. Servus. Ich bin so toll, ich bin der Anton, nein, nein, ich bin der Tom aus Tirol. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Tom aus Tirol. Servus. Servus. Ich heiße auch, Tom. Servus, Tom. Schon einen 395er probiert? Nein, ich will den nächsten Jahr haben. Nächste Jahr kriege einen 395er. Ich bin ein Münzengeier und warte noch für die Münzen. Woher kommst du da ursprünglich aus Tirol? Nein, ich hab gern eingelöst. Servus, Tom. Servus, Tom. Ist der Chris noch da oder wer oder der Louis? Boah, der Chris ist da und der Louis ist da. Chris hat die Leitstelle. Der Louis ist jetzt nimmer da. Ja, nein, der Chris ist aber noch da. Bis Mitternacht live, oder? Ja, bis Mitternacht. Nein, ich bin heute mit einem New Holland gefahren, mit einem Rotor Tilt. Das Rotor Tilt ist nicht meins. Ich bleib beim Power Tilt. Ich bin heute mit einem neuen Vögel. Du, 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 du. Ich bin von der Feuerwehr. Und zwar der Press, der ist nicht leicht daher. Ich gebe einen 9er Heuche nächstes Jahr. Ja, für mich gibt es einen 9. DB359, Karl Barger. Da kriegst du es magistatstechnisch noch nicht so etwas, gell? Weiß ich gar nicht, das ist ein Unfunk. Kannst du mal Landwirtschaft 22 spielen? Man weiß ich nicht. So, 227 kam in den Dalos. Ich bin wieder weg. Wieso so viel? Warum, warum? Kannst du mal... Ich sehe die Radlbagger zur FF ziehen. Radlbagger ziehe ich nicht zur FF. Spencer, wie die schlage ich da her? Alle gehen wieder. Ja, ist mir gut. Für einen kurzen Moment hab ich mir gelassig gefühlt. Also von dem her... Ja, für einen kurzen Moment über 500 Leute, da fühlst du dich schon ein bisschen... Puh! Heim, ja. Kurz schon, ja. 85 Likes in 3 Minuten oder 4 Minuten. Kistengeier sind das angeblich. Gibt es irgendwelche Kisten? Ich kenn mich da nicht einmal aus. Für was die Kisten überhaupt gibt. 60, die bleiben ist auch nicht schlecht. Nein, wird immer weniger. Aber... Die schlaue ich da her... Ich weiß nicht mehr. Für was eine Kisten... Kisten da sind. Oder so ein Portal, besser gesagt. Das Portal. Man kann gratis Coins aussitzen. Was kann ich da mit den Coins an? Wenn manche, könnte der neue Serie von der Recher so prallen haben. Servas! Schau, jetzt kommt der Bobo! Nein! Bitte geh her wieder! Jetzt habe ich gerade meinen Scheiß abgelockt. Und am Anfang habe ich wieder gefloppt. Ja, cool! Dann muss ich nur am Rechstuhl vielleicht. Ah! Jetzt habe ich gerade erst da hinten mit einem gefloppt. Und jetzt komme ich da her und genau da bei der Obstelle... Und ich habe gerade gewusst. Wo fährst du denn, dumm oder dumm? Geschenke kaufen. Kann man diese Server auf Steam spielen? Nein! Du musst 5M überladen. Am PC 5M überladen. Dann kannst du solche Sachen spielen. Da gibt es verschiedene RBS. Mehr sind Graz X. Es gibt Austria X. Es gibt München RBS. Es gibt Frankfurt RBS. Wiener RBS. Es gibt auch schon. In Geld umwandeln. Beziehungsweise... Geil! Habe ich gar nicht gewusst. Wunder der Doth-Haut. Er macht Mimimimi. Hahahaha! Ehh! Halla, du machst nur Mimimimi. Mimimimi. Hahahaha! Mimimimimi! Rax RB, ja, keine Ahnung, was Rax ist. Tirol gibt es das auch. Nein, Tirol RB gibt es nicht. Wenn es Innsbruck RB gegeben hat, war ich schon in Innsbruck. Ja, Graz ist auch geil, aber... Und so ein Schwindlinger aus Jürgenburg macht Steiermark RB. Wir sind Steier... Ach so, Steiermark RB gibt es auch. Steiermark RB? Hab ich noch nie gesehen. Ist aber nicht fertig. Ach so, das ist noch nicht fertig, das Kind passt. Wie lange bin ich nicht mehr da und kein Einsatz ist. Ich kann nichts dafür, wie gesagt. Andy, ich glaube, der möchte auch einer. Es gibt keinen Parkplatz. Abend, die Damen, Abend. Wie heißt das Spiel? Du hast gestern im Stream gespielt. Im Stream gespielt? Gestern im Stream, das ist Microsoft Flight Simulator gewesen. Bekommst du einen 295er oder? Nein, einen 395er. Hallo Berndi! Kannst du nicht, wenn du jetzt gerade stehst? Hallo Bobo! Kannst du nicht, wenn du gerade stehst? Hier neben mir Bobo! Nein, viel besser! Wem? Stellvertreffend von Leitlin, vom Örka. Was?! Ja! Wieso?! Weil der Dani nicht mehr ist. Wieso?! Weil du gerade steckst. Uh! Ja! Ja! Ich habe damals meinen eigenen Server gehabt. Austria Real Life. Austria Real Life AB. Kann sein, dass es bis Mitte noch kein Einsatz kommt. Wohl, bis Mitte. Da kommen schon ein paar. Hallo von France! Hallo von Austria! Austria bin ich nicht. Gibt es denn schon? Ja! Gibt es, glaube ich, ab Herbst. Was das geil ist? Ich bin jetzt nicht nur die Stellvertretung, sondern ich bin jetzt die Leitstelle. Ich bin... Die Leitstelle kriegst du ja dein Leib, oder? Vielleicht krieg ich mein Leib, oder? Ja, du krieg ich mein T-Shirt. Mein... eigenes. Da steht nämlich mein Name um. Das heißt, wenn bei anderen das andere Gesicht man, dass das nicht eben gehört. Echt?! Ja! Ich hab gar nicht gewusst, dass so ein Gesichtsbrezchen auf das Leiblau passt. Gibt es denn schon auf Kette auch? Nein, auf Kette glaube ich noch nicht. Ja! Du bist irgendwie sehr laut momentan. Sure! Ja! Und jetzt? Ja! Deswegen bist du Feuerwehrler. Du gibst dann Wundschlöfer und auch eine Prellung. Ja! Ich hätte äh... Ich habe es dir vom Profol geben. Immer noch laut! Okay! Ich hab's schon auf Kette auch zu... Ja, der 3.95 ist ein Radlbagger. Wenn du mehr so so 3.90er heißen. Zum Probefahren gibt's schon, hab ich zwei Wochen gehabt. Auf Kette! Der größer wie der 2.90er. Naja, ist halt der Radlbagger. Ja stimmt, ey Radlbagger. San LP war nix für dich. Hey Bobo! Wo ist denn? Hi! Du kannst... Du musst das umfangen. Du kannst... Du kannst, äh... Wenn ein GoPro ein ist, nicht mehr zuhauen, gell? Ja! Jetzt muss ich die magistratstechnische Stoffen. Wie kannst du es magistratstechnische Stoffen? Wie? Magistratstechnisch. Mit Verwarnung. Wie ein Gesichtsbritzen ist was anderes. Ja, Gesichtsbritzen ist was anderes. Hast du ihn... Hast du ihn wiederknüppelst mit deinem... Wie heißt das? Hast du eine Gris auch schon mal gestraft? Wieso eine Gris? Eine Gris, die ständig schlagt, oder? Ja, aber das haben wir halt besprochen. Das auf der GoPro nicht mehr. Da haben wir heute schon eine Besprechung gehabt deswegen. Ich hab mich nicht so hitten, was das nicht gesagt hat. Das funktioniert leider nicht. Ich bin noch mal dahin. Gute Nacht. Gute Nacht. Zwei Wochen mit Power Tilt. Ölquick. Ölquick. Wo gehst du hin? Wo ist denn jetzt die... Die Firewallan-Nacht? Schreib schon Bobo! Oh, wie war's? Die ist aber schon klar, gell? Das ist ein... ...Go-Pros-Dream, gell? Kein Dating-Seiten oder so. Du... Pst! Halt euch die Pappen einfach, oder? Jetzt fängt das schon an. 10,000 Likes. Gratuliere. Dankeschön, dankeschön. Wir waren ja genug Gleitkruz da. Hähä! 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 Popo! Schreibt sie wieder. Popo! Und jetzt fahrt er davon. Hähä! 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 Geier, das habe ich noch nie gehört, echt. Steiermark-Rollplay, bin ich gespannt. Alle liken, bis 100.000. Was bringt mir das noch bei 100.000? Klar, jetzt will ich weggefahren, schreibt sie. Ja eben, jetzt will ich weggefahren. Bobo. 100.000 Likes. Boah. Sie hat dich jetzt gesehen. Du hast auch geschafft, so ein Gesicht zu brechen. Deswegen hat sie gewartet, bis du schreibst. Wie ist die Katze? Nein, Wochen alt! Bobo, du Süßer. Bobo, du Süßer. Ich komme gleich zurück und haue dich um. Bobo, du bist ganz ein Süßer. Bobo, du. Schnuckibuzi. Das ist schon wieder mein Tag. Bobo, du Süßer. Bobo, das ist alles! Broo, du Süßer. Quinetti- Помpenst你看 der Was meinst du? Ja, verkehrsmäßig, mein ich ja den Umfeld oder sowas, scheiß, jetzt gibt man wirklich Hallo Bobo, du Süßer! Ich hau nicht rein! Jetzt sag ich immer Bobo, jetzt sag ich immer zu dir, wenn ich dich sehe, hallo Süßer! Derbe den, derbe den, ich muss nicht drehen, aber warte mal Ja! Hau ihn bitte! Na na! Dei süßer haut keine Leid! Ich muss mir bitte an ihn reinhauen, aber es heißt, man darf ja von der GoPro keine mehr reinhauen Ich will das machen, weil der Jet das aufruft oder überhaupt nicht? Oh, super! Perfekt, danke! Scheiße! Was hat er jetzt gesagt? Hä? Was hat er jetzt gesagt? Jetzt schmiert er mal gleich rein! Oder? Ah, er hat gesagt, warte, ich mach's nicht! Was er macht? In dir fang keine Leid, ich dürfte ja keine spielen, Magistratsdienst nicht! Ach so! Er hat gesagt, warte, ich mach's nicht! Warum haut er mir jetzt reinhauen, er braucht mich reinhauen, ich hab nichts tun! Hey Süßer! Ich hab gesagt, der Jet von dir verlangt das, dass ich da... Das verlangt auch nicht der Jet, sondern du hast geschrieben, du kommst und haust mich reinhauen! Du schreibst, du kommst und haust mich reinhauen, das ist nicht der Jet! Du Süßer! Ja, wieso krieg ich jetzt einen? Hey! Tja, jetzt hab ich aktive Blutung reinhauen, was soll denn das jetzt für Scheiß werden? Du darfst dir nicht selber verweißen, dass du mal die Rettung machen! Ja, nein! Ist die Rettung schon da? Weil schon auch zum Nähen, oder? Hallo Süßer, bitte nähe mich! Nein, nein! Das heißt, du musst ins Spital, oder? Alter, du merkst mich jetzt nicht, nein, nein! Der funkt da zuerst noch eine halbe Stunde! Nein, dann musst du ins Spital! Nein, ich muss nicht ins Spital! Oh ja, das haben wir jetzt benötigt! Der Tom hat nämlich eine Naht auf den Fuß gefahren! Alter, seid ihr jetzt alle auf einmal gegen mich? Was ist denn, ich denke? Nein, das haben wir letztens gebrochen! Aber wenn knapp werden muss, dann musst du ins Spital! Ja, mei! Ich hab auch gerade einfach ohne Grund auf den Deckel gekriegt! Dann kann er mich ohne Grund auch nah nehmen! Du hast einen Grund gehabt! Ich hab keinen Grund gehabt, mein Süßer! Der Jet will das, der Jet kriegt! Der Jet wills, der Jet kriegs, bitte gerne! Nein, das will der Jet! Halt die! BAP! Möcht! Hehehehehe Kannst du mir jetzt bitte zusammenflicken? Ja, ich muss ein Test! Wir sind scheinbar bei Notarzt! Ich bin Notfallsanitäter und ich darf mich nehmen! Ihr in der Firma wenigstens... Ja, da fahr ich selber in die Klinik. Ah, da kommt das N-App jetzt. Was ist das N-App? Was will das Neff noch da? Ja, der Nodortz darf die nähen. Achso, okay. Der Nodortz entscheidet... Bist du ja nicht der Nodortz? Ich bin Notfallsanitäter. Achso. Der Nodortz entscheidet, ob du da nicht ins Krankenhaus musst, und vielleicht einmal so wieder eine... wie genau, eine Bewusstlichkeit, ob du überhaupt nicht bist. Alter, willst du es mir jetzt veroppen, oder was? Gott, mein Name ist Felix Peter. Wie ist das? Oh ja, die Nodortz... Das war geil, das war nicht geil! Schau... Hau jetzt! Gruzifix! Du weisst, dass du nur die aktiven Gruppen haben. Ja, und ich kann g'nahnt... Gruzifix! Ja, wie hast du dich g'nahnt? Oh, schau, es ist auch... Ja, das ist sicher wieder der Basti. Ich hab' keinen Hydranten niedergemeint! Das war der Nodortz, das mal! Also, ist nicht meine Schuld! Meine auch nicht! Alter! Na, grüß Gott, was haben wir denn da? Einmal nahnen, bitte! Einmal nahnen! Einmal nahnen? Ja, und wie genau stellen sie die Herren das vor, dass ich da auf deinem Platz nahnen soll? Ja, dann geh ich mich da schon da um! Na, ich muss sie leider enttäuschen, dann musst du ins Krankenhaus! Alter, jetzt möchtest du mich wohl alle foppen, echt! Nein, siehst du, ich kann das leider nicht verantworten, dass ich sie da nach... Alter, ich krieg ohne Grund auch nicht geschmiert, dann soll ich ja vorn mal... Ja, nein, sie... Nein, sie... Wenn sie ohne Grund auch nicht geschmiert kriegen, dann müsst ihr das Polizei holen! Ah, ich fahr selber in die Klinik und lass mich selber nahnen! Ah, sie sind euch fahrfähig, sie haben Blutverdust, das geht nicht! Ja, also, der Erte wird ja dort sie gern begleiten! Ja, also, der Dr. Unsichtbar näht leider nicht! Ja, dann komm, fahr mal in die Klinik, schenkt's mir aus! Komm, mein Süßer, fahr mal! Jetzt hast du wenigstens ein bisschen Erinnerung! Halt die Pappen! Patienten müssen aber hinten einsteigen! Ich bin nicht liegert, ich bin nicht schwabbehindert! Du kannst ja hinten ja eine sitzen! Das mit schwabbehindert, das ist jetzt wieder so, so! Und Bernd, du holst dann die Drage aus, so! Dann sollen sie auf die Trage sitzen! Warte, warte, warte aufs Dom-Mobil morgen! Was für ein Dom-Mobil? Patienten dürfen versicherungstechnisch nur hinten drauf... Alter, willst du mich jetzt fumpen mit Versicherung auch noch, oder was? Ein spezielles Dom-Mobil extra von... Ja, das hab ich schon gesehen, das ist so... Äh, ich hab kein Trage drin, Chefe! Ah, ich hab kein Trage, ich muss vorne sitzen! Du kannst doch hinten... Nein, ich hab da hinten! Alter, willst du jetzt mich verarschen jetzt alle miteinander? Ja, warte mal, warte mal, bevor es dich nicht... Warte mal, die waren gefahren, vorzuhl ich mich nicht fahren! Oh nein, also... Da müssen die Polizei auch alarmieren! Oh, ich stell mir dann auch jetzt kurz... Ich kann ja mal ein Haarstuh legen! Ja, ok, dann tun wir halt die Rückenlehne mit hoch! Ach so, ich komm ja sitzen auch! Ah ja! Ah ja! Ja, her, bitte verlassen Sie die Drage! Das ist nur für autorisierte Patienten! Autorisierte Patienten und ich muss noch nicht von einer... ...und da schwimmst. So! Ja, was soll ich tun? Das eine ist halt so... Ihr Entsug-Rett ist halt sein... Sit- Did! Da hat's gar nicht... Ich hab die Weste an, ich bin gar nicht da, warum redet ihr mit mir?! Sitz- Did! Siehste, du sitzt nur eine Person! Geh zu, du Scheiß-Tier! Bernd, machst's mit dem alten Muskel, du Pfeifen! Danke für den Follow! Bitte. Gut, viel Spaß, Bernd! Alter, halt die... Jawoll! Tja, frag er nicht, komm, Alter! War das gerade eine Beleidigung? Boah, ist das! Alter, gewaschst du nicht, wie der Rettungswagen funktioniert, oder soll ich gleich aussteigen und die herfotzen? Nein, du, warum der Schäfer bist so weckerart? Nein, sie sind so dritt, haben wir mal leise, geil, weil sie ist hagelt! Sie ist hagelt! Ja! Ich bin froh, dass nicht ich der Vorher bin! Ja, aber jetzt kann man sein Leben da! Kein Problem! Was? Hagel? Nee, kein Hagel! Auf dem Arme! Nein! Jetzt muss ich die Klinik auch noch, ich glaube, mehr für eins! Ja! Das schneit! Ja, für den, dass ich nichts tun habe, oder? Das schneit! Alter, was nimmst du nur für Tabletten? Bei dir schneit es auch den ganzen Tag! Das schneit es bei dir nicht? Nein! Uuuuuh, jetzt schneit es! Alter, das ist richtig! Danke für den Follow! Das ist Rutschig! Echt? Es hat meistens Schnee an sich! Ah, heute läuft die Luft auch dahin! Das ist gut näher! Ja! Es gibt jetzt eine Überschwemmung auch noch, wenn ich die Klinik fahre, oder was? Ja, ist das Rutschig! Gott! Alter, was fährst denn du jetzt zusammen? Oh Gott, ich mach gar nichts! Ich hab' den Arzt und möglicherweise ein hüpfendes Auto! Ja, Arzt beheben du! Nein, Hurricane! Hurricane! Oh Gott! Alter, was geht denn jetzt ab? Okay, okay, Alter! Ich glaub' ich steig' wieder raus und geh' heim! Ja genau, jetzt verprügel mich du Arsch! Exakt! Komm! Geht das noch? Ich muss halt in die Klinik! Ja, ich freuch' dir bitte den RTW4 am Hauptplatz bei 8053! Ich hab' einen Patienten, der ins Krankenhaus muss und mein RTW ist durchs RTW möglicherweise leicht in Mitleidenschaft gezogen worden! Hurricane! Ja, und am TC brauch' er dich auch noch! Was sieht aus da hinten? Na, ich? Ja, sicher! Halt die Pappen! Ja, natürlich! Tu mich aus aus dem Scheiß-Ding da! Die Tür ist offen, schau einfach nur! Alter, jetzt hängt's mir aus, da! Aktive Blutungen, du auch so mit dem Scheiß-Drick da! Schau da! Was? Jetzt bin ich wieder im Auto! Was ist's mit dir? Ich weiß nicht, wo du... Achso! Ja, ich hab' auch irgendwie... Ja, jetzt kommen die Notreffer ein, Prinzessinnen, gell? Welche Notrufe? Ja, bitte! Was kann ich für eure S-P-D tun? Das ist super! Wir haben jetzt grad' das Problem, dass bei uns als NRF so wie ein RTW schrotz sind durch den Hurricane! Und der zweite RTW jetzt grad' äh, jemanden... Super läuft's, ja! ... den es kaum mehr ausbringt! Super! Wir sind idioten! Ah, ja! So ungefähr bei uns auch! Ist relativ lustig gewesen grad! Nein, was nicht! Warum? Ja, äh... Was ist so passiert? Warte mal, ich mach' einfach unklare Situation... Verkehrsunfall! ... erstell' den Einsatz einmal und sobald wir wen haben, schick' ich da nicht raus! Ja, perfekt! Passt! Bis gleich! Ja! Ja! Jetzt fährt der Auto vorbei! Ja, NRW fährt vorbei! Ja! Ja! Warum fährt der NRF vorbei? Ja, ich hab' schon kurz gesehen, wo der RTW geht! Waaah! Mit dem fahr' ich lieber mit! Rasterman, mit dem fahr' mit dem Rasterman mit! Der kann wenigstens fahren! Ah, Prinzessin! Du musst ihn ganz, ganz schnell ins Krankenhaus bringen und dann hab' ich schon einen nächsten Einsatz für dich! Ich muss schauen, dass ich irgendwie da, ja, äh, siehst du eh! Darf ich jetzt vorne sitzen, dann muss ich wieder hinten rein! Hinten mit dir! Boah! Und hinten, die wir dürfen hinten sitzen! Wenigstens läuft beim, 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 beim Rasterman poppen alle! Ja, das Ende, so wie, wie, jetzt waren wir so, dass wir ganz schnell wieder zur Station kommen wollen, damit wir... Warte, 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 ich komm' jetzt schau' ich sitzen! Warte, 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 ich komm' jetzt schau' ich sitzen! Einige Einsätze gerade! Warte, 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 warte Ich muss in die Klinik und hier fahren die Firewärts. Wo ist denn die jetzt? Hier fahrt sie schon am Hauptplatz. So ein Scheiss! Und ich darf nicht mitfahren, oder? Nein, da hängt es mich mit aus. Ich kriege ja nicht auf die Gauschen und dann geht wieder nichts. Ich muss ja da aufwärts machen, sonst muss ich mit dem Kalkar. Warte, da können sie mir jetzt die Schuhe abblasen. Komm schon weh da her. Weißt du, da kommt ein X, kommt mal her, wichst und ist wieder weg. Aha. Und der Note hat es so, nein komm ich nicht nach, ich muss in die Klinik. Mal leg mir den Bucke. Und nachher, der Süße da hinten, der kann nicht Auto fahren, der braucht einen Unfall. Der Note hat so gar nichts mehr bekommen. Ja, der Bobo kann einfach nicht Auto fahren. Der Süße. Hey Süße. Das muss ich auch zu ihm sagen, wenn du das nächste Mal siehst, muss ich sagen, hey Süße. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, der hat uns so gesündigt für dich in dieser Saison. Leicht verlockend. Leicht verlockend. Ja. Ja. Ja, dann alarmiere ich dich gleich. Unklare Situation ist von der Polizei gekommen. Jetzt kann ich wieder performieren, wie der mit dem RZ. Und so laufen jetzt die. Unklare Situation, ich pack ein Ding aus und komm nach. Die möchtest dann drinnen von der Trager absteigen, sie bitte anmelden. Wieso tragen sie mich nicht in mein Zimmer auf? Nein, das kann ich leider nicht. Na schade. Und bitte 10 Minuten liegen bleiben oben, oder? Warte mal, warte mal. So, schau, Trinkgeld, danke fürs Feieren. Weißt du, den Süßen gebe ich auch kein Geld, aber du, deine Frisur gefällt mir so gut, da muss ich schon Trinkgeld springen lassen. Werte wie viel für eine Leitstelle, kannst du ihm sagen, er müsste einmal kurz seinen Sprachchat ein- und ausschalten, weil ich höre ihn noch immer und wenn er dir Trinkgeld gibt und mir nicht gehört, dann braucht er nicht glauben, dass ich ihm noch einmal na oder sonst irgendwie nicht. Jetzt glaube ich, kann er mich nicht mehr hören. Danke für den Follow. Nein, nicht, weil er nicht Trinkgeld kriegt, nein, nicht, das war jetzt gerade so richtig zu fleiß. Das war jetzt zu fleiß, gell. We're not the bass! 500 Cheeseburger fressen, ja, das war's. Danke für den Follow! So. Nichts mehr, passt. Echt, jetzt brennt's. Einmal Verkehrserfall, einmal brennt. Jetzt kommen die Einsätze und ich bin in der Klinik. Ich geh, glaub, mir hängt's aus. Zehn Minuten, hab ich gesagt! Ich bin schon wieder aufgestanden! Nein, das Ende der Welt haben wir machen, wie um das Halloween-Event zum Beispiel nicht mehr zu beenden. Ah, okay. Ja. Leitstelle von RTB, willkommen. Komm, man, schmitte, ja. Sind Sie immer ein Taxi, oder? Ja, natürlich. Super! Ich bin ein indischer Teppikflieger. Danke! Ich fahre besser als andere Taxi. Wohin wollen Sie? Bitte, einmal zur Feuerwehr, bitte. Oh, ich weiß ja nichts, wo wir wissen diese Wege. Super, das ist doch super. Nein, ist nicht super! Was ist nicht super, daher? Ja, es sind gerade ein paar Einsätze und ich muss in der Klinik. Warum picken Sie? Sie picken nichts Klinik? Sie Daxi? Ja, jetzt nichts mehr, aber ja. Ich war in der Klinik. Alter, das ist kein Problem. Ja, ich übernehme nicht die Straf, geh! Weil, warum? Ja, weil ich die Straf sicher nicht zahle. Ich hab nicht gesagt, schneller fahren. Okay. Was war denn das jetzt? Alter, ja mögst du mit Pflanzen oder was? Jetzt läuft der Taxometer. Alter, noch nie einmal einen Kilometer und... ...10 Euro verlangen. Wie teuer bist denn du? Ich bin ein Premium Supertaxi. Ja, dann hätte ich mir lieber anders gerufen. Ich habe ja gar keins gerufen, überhaupt. Aber du bist eingestiegen, jetzt musst du schallen. Alter! Ich bin mit dem Preis aber nicht zufrieden. Das ist nix mein Problem. Wissen Sie mal, wie man Auto fährt, oder? Ich weiß nix in Indien. Wir haben nur Teppich. Aha. Danke für den Follow. Ich glaube, Sie haben gerade was verloren. Ist meine... Egal, das ist um gewiss zu sparen. Kennen Sie Taxi Taxi? Das ist diese... Aha. Ja, ja, das ist gut. Das gehört zu. Okidoki. Das auch gehört zu. Das ist alles Technik. Alles Technik. Und was jetzt mit meinem Auto? Äh, Chef, ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, ihr weiß nicht, was Sie mit Ihrem Auto aufführen, Herr Taxi. Ich muss ja fahren mit warmen Blinkanlagen, weil geht nix. Aber wir gleich bei Feuerwehr. Ja, ich sehe es. Wo fahre... Da hinten ist die Feuerwehr. Ja, ich fahre zur Feuerwehr. Kein Problem. Da hinten ist die Feuerwehr. Ja, ich weiß nicht, wo ist Feuerwehr. Ich bringe die hier hin. Keine Stress. Bitte, don't stress. Don't panic. Don't panic. I'm... Beste Indi-Attrax. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Eee, Sie sind bei der Feuerwehr schon vorbeigefohren. No, 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 no. Ich weiß nicht, es ist Feuerwehr. Ich glaube, ich habe mich wirklich verfahren. Warten. Jugend drehen ist besser. Ah ja, hier. Ich wissen. Ich sage. Ich kenne, ich kenne, ich kenne Stadt gut. Ist wie Westentasche. Ich merke es, ja. Oh, 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 oh. Wir fliegen durch. Warum? Sind Sie auch mit mir jetzt geflogen in die Jugenddrehen? Okay, gut. Hier, Feuerwehr. Das ist aber die falsche. Und du hast nicht gesagt, welche. Okay, danke. Alter, was ist denn das für ein Dachslaug, Ruzifix? Geräle fährt hier an Leitstelle. Raut. Der Einsatz bei 80.37 ist beendet und ich wurde gerade von der Polizei verständigt, dass bei 80.45 ein weiterer Verkehrsabfall mit eingeklemmt. Was soll denn eigentlich? Schwede eigentlich, der Passagier. Ich konnte nicht ausfahren, oder? Crucifix. Räufig. 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 Alter, das zifft mich gerade um. Was tut denn der Dachslaug da hinten? Ich furze noch aus deinem Auto. Sei echt. Mich zieh, was tust du jetzt? Mach du minder aggressiv. Steig rein. Schau. Alter, willst du mir pflanzen? Es muss jetzt wieder agieren eigentlich. Sollte funktionieren wieder. Eigentlich sollte es jetzt wieder funktionieren. Wenn nicht, dann hängt es mir aus. Nein, es sollte wieder funktionieren. Ab und zu hat es kurz die Hänger, weil es so viel offen ist bei mir, das ist wild. Es geht wieder. Ein Wunder. Ja, ich habe es ja gerade gerichtet, repariert. Möchtest du mir jetzt echt pflanzen? Daniel fährt auf einen Einsatz und kann tun, dann lassen wir es eine Welle und ich hängt an, oder? Ja, meine Frisse. Hallo Süßer! Hihihihihihihi. Ja, wenn das so ist, dann rach ich halt auch mal nicht. Dann ist ja nix anderes übrig. Jetzt gibt die nächste, oder? Da hinten vor der N-N-N-O-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour... Da hinten vor der N-N-O-Tour-Tour-Tour-Tour-Tourdu. Ja, was ist jetzt los? Es ist erst 11 und es werden alle Leute debatiert. Boah, ich muss morgen in der Fritze gehalten, einen Kaffee gehen. Leitstelle von HLF3 kommen. Leitstelle von HLF3, Frage, soll ich zum Verkehrsunfall nachrücken oder da bei der Feierwache bleiben? Kommen. Bei der Feierwache bleiben ist HLF, hat noch nix nachgefordert. Hier HLF3, verstanden. Der wird auch nix nachfordern. Gibt's ja nix. Alle fahren sich heinsetzt, die Rettung, die Polizei, die Feierwache, die bedauern sich von der Feierwache, was blöd umgestört, oder? Da kann's mehr als hängen. Da kann ich wenigstens, wenn ich da keinen Einsatz haben kann, wenigstens die Blaulicht-SMS geben, dass ich einen Einsatz habe. Da kann's noch nix nachfragen. Danke, Bandi, für's Folgen!